Hallo, hier kommt eine Anwendungsaufgabe zu den Strahlensätzen. Und zwar geht es darum, dieser Hund, ich glaube es ist ein Beagle, möchte mithilfe der Strahlensätze und mithilfe dieses Stabes hier, irgendein Stab, die Höhe dieses Turms bestimmen. Das ist ja hier nur ein Modell. Die Höhe dieses Turms kann ich mit diesem Lineal hier nachmessen. Normalerweise in der Realität sind Türme höher, als dass man sie mit so einem Lineal nachmessen könnte. Und deshalb bedient man sich einer Konstruktion, deshalb bedient man sich der Strahlensätze, um die Höhe des Turms teils zu berechnen, teils abzuschätzen. Und ja, das möchte ich jetzt hier mal vormachen. Du kannst ja... Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Don't come. Don't come.